Moin Moin meine lieben YouTuberinnen und YouTuber, euer No Orange heisst euch herzlich willkommen zur aktuellen Trade Garden Sticker Wochenvorschau. Heute mal ohne Untergrund habe ich irgendwo verlegt, ich finde ihn nicht mehr. Darum seht ihr meine schön abwaschbare Flup Küchen Tischdecke. Nein, aber ich wollte mich nochmal ganz herzlich für die 150 Abonnenten, die es bisher geschafft haben, war also bei euch bedanken und ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, das Special. Ich werde natürlich bei 250 Abonnenten, wie erwähnt, auch dort jeweils ein Special machen. Im Sommer kommt ja auch wieder unser Gewinnspiel, zu meinem Geburtstag, da wird gefeiert. Ne, und freut euch drauf, wird auch wieder richtig, richtig cool. Und jetzt aber geht es richtig zur Sache, wir wollen wissen, was abgeht und es geht richtig ab. Nämlich Dienstag, internationaler Fußball ist ja Dienstag immer und da haben wir 8 Booster, 8 Booster von Panini, FIFA 360. Die Serie, ich liebe diese FIFA Serie, überall ist die neue, die alte, die Sticker, die Trade Cards, das ist völlig schnuppenpignon. Ich finde die Karten einfach nur ultra fett. Ja, ich habe mich entschieden, die World Cup Qualifiers Mappe nicht zu sammeln. Ähm, ich werde die Welt-WM-Mappe sammeln, aber die Road-to-World Cup-Mappe werde ich nicht angehen. Ja, ist nochmal meine Entscheidung. Ähm, ja, es sind eben Teams dabei, die sich da nicht qualifizieren und ähm, es war ganz schön und cool, aber ich würde es viel cooler finden, wenn man eher dann kleinere Teams nehmen würde und nicht die, die man sonst immer hat. Dann die Faröer Inseln mit rein, San Marino, sowas in der Art wäre wirklich fett. Das ist, glaube ich, da auch nicht gegeben. Es sind im Endeffekt die Starspieler aus den Teams, die sich wohl qualifizieren werden. Plus, minus 5 Teams und am Ende, ähm, weiß ich nicht, ob das Sinn macht. Egal. Dann aber zum Mittwoch. Große Zeit für die Tinbox. Ich glaube, ich muss hier mal bald ein bisschen rauszoomen wieder. Das ist ja Wahnsinn. Ich muss hier mal echt echt weiter rausgehen. Junge, Junge, jetzt haben wir hier mal ein bisschen Platz. Hier seht ihr auch schon was in der Ecke. Das brauche ich gleich auch. Ach, ich kriege da schon irgendwie hin. Also, große Tinbox von Star Wars. Kennt ihr ja. Richtig geil von Topps übrigens. Diese Boxen sind immer super gestaltet, wie man so schön sorgt. Ne, sind sehr, sehr cool. Und nun kommen wir zum Donnerstag. Donnerstag wäre eigentlich Wrestling. Die Serie ist leider noch nicht angekommen. Das muss ich in meinen Platz machen. Dafür kommt eine andere Serie am Start, die eigentlich für Transformers gedacht ist. Also Donnerstag ist ja Superhelden und Wrestling. Wrestling habe ich aktuell nicht da. Kommt dann nächste Woche oder übernächste Woche. Batman Begins, Superhelden. Das ist der Nachfolger von Transformers, wozu noch ein Update kommt. Jetzt kann ich ja mal hier wieder ein bisschen die anderen Karten hinlegen. Hier oben am besten rein. So, zack. Batman Begins, das Sticker-Alben von Upper Deck. Zum Film freue ich mich tierisch drauf. Auch die Tüten, hier habe ich zwei, vier, drei, sechs Stück am Anfang mit dabei. Finde ich auch richtig geil gemacht. Ich bin mal völlig gespannt. Ich habe das Alben noch nicht angeguckt. Kann sein, dass da auch Sticker drin sind. Weiß ich nicht. Will ich mich auch überraschen lassen. Von daher, oh, da freue ich mich tierisch drauf. Okay, Donnerstag dann ist wieder zu Ende. Und dann haben wir den Freitag. Heute bin ich echt ein bisschen durch den Tüdel. Mein Gott, keine Ahnung. Freitag ist ja Magic-Hacks-Zeit, also Bundesliga-Zeit. Und da wir letzte Woche ja die aktuellen Magic-Hacks hatten, kommt ja auch immer in der nächsten Woche immer so eine Art Rückblick. Und da sind wir zur Zeit bei der Saison 2009-2010. Und da gibt es jetzt wieder eine Tinbox. Packe ich einfach mal hier hin. Egal, passt. Sitzt, wackelt, hat Luft. Also Tinbox, Magic-Hacks, auch hier wieder die geprägten Boxen damals schon. Sehr, sehr cool. Da kann Panini sich eine Scheibe von abschneiden. Sehr geil gemacht. Und zum Wochenende hin dann, kommt zum letzten Mal. Auf der einen Seite haben wir da die Simpsons. Und da haben wir nochmal 2, 4, 6, oha, 2, 4, 6, 8, ich glaube 9 oder 10 Stickertüten von den Simpsons am Start. Ich muss hier wieder mal ein bisschen Platz schaffen, das ist echt sonst zu eng. Zum letzten Mal und zum letzten Mal auch Yu-Gi-Oh! Und das sind nochmal 2, 4, 6, 8, 10 Stickertüten Yu-Gi-Oh! 5DS. Also es geht richtig zur Sache. Ihr seht, das Ding ist wieder hier rappelvoll. Also es sind 10, 20, keine Ahnung, 35, 35 Tüten und 2 große Tin-Dosen, neues Album. Also wird geil. Wird richtig geil. Freue ich mich tierisch drauf. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Spaß drauf. Also am meisten freue ich mich natürlich über Batman Begins, eine neue Serie. Und auch, dass 5DS und Springfield zu Ende gehen, das ist immer so ein lachendes, weindes Auge. Auf der einen Seite freut man sich, die Serien zu beenden. Obwohl man sie noch nicht voll hat. Das ist so ein weindes Auge dann wieder. Da hoffe ich natürlich durch Tauschaktionen, Stickermanager.com, noch die restlichen Bilder zu bekommen. Um die dann in Updates euch nicht vorzuenthalten. Andererseits kommt dann auch immer wieder die Vorfreude auf was Neues. Und da wird es was richtig Neues geben. Dazu möchte ich noch nicht so viel sagen. Freut euch drauf. Das war es dann für heute. Euer NoOrange sagt Tschau, Tschüss und Goodbye.